Wir werden immer wieder gefragt, was man mit Deals macht, die sich jetzt irgendwie verzögern. Also nicht um zwei Wochen, sondern vielleicht um drei Monate oder um fünf oder um zehn Monate. Eine einfache Antwort ist, erstens, Sie steuern sich ja sowieso immer über Aktivitäten. Das heißt, wenn Sie sich sicher sind, dass der Deal kommt, dann ändern Sie einfach das erwartete Abschlussdatum nach hinten und dann stellen Sie sich eine Aktivität. Aber was machen wir mit diesen Deals, bei denen wir nicht sicher sind, ob die wirklich kommen? Da sagt uns der Ansprechpartner, so in einem halben Jahr geht es weiter. Aber wir wissen nicht genau, ob das jetzt eine Ausrede ist oder ob das jetzt ernsthaft gemeint ist. Schauen Sie mal, ich habe genau dieses Problem jetzt. Ich bin mit der Zente zaghaft schon weit hinten, also hinten im Vertriebsprozess, ich muss eigentlich nur mal die Unterschrift abholen. Aber irgendwie sagt sie mir am 1. März, sie weiß noch nicht, sie genau ist, also wieder anrufen, dann ist die Chefin nochmal nicht da und dann steckt sie im Projekt fest. Also sie hat irgendwie keine Zeit. Irgendwie kommt mir das Ganze komisch vor. Ich will das aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Ich merke aber, es ist jetzt nichts zu holen. Das ist ja der hohe Dealwert, 100.000 Euro, du zahlst dich schon aus, dass ich da wieder einmal nachfrage. Aber jetzt gerade aus irgendeinem Grund, den ich heute nicht kenne, will sie sich nicht festlegen. Die Zente zaghaft. Was machen wir mit dem? Wir wollen den raushaben aus unserer normalen Pipeline. Es gibt nichts Gescheites zu tun. Wir wollen den raus haben aus den Forecasts. Also irgendwie, ich mache jetzt keine On-Hold-Phase oder sowas, sondern, jetzt schauen Sie mal, ich verliere diesen Deal. Und da passiert Folgendes. Ich habe verschiedene Verlustgründe. Schauen Sie mal, das ist unser Live-System. Ich habe da verschiedene Verlustgründe, bei denen in Klammer dabei steht, Lead wird erstellt. Also ich nehme ihn raus aus der Deal-Pipeline. Ich mache das jetzt mal. Ich markiere den als verloren. Jetzt ist er draußen aus der Deal-Pipeline. Ich habe ihn nicht mehr in den Forecast drinnen, sondern, wie der Name schon sagt, es ist dadurch ein Lead erstellt worden. Aus einem Automatismus aus. Schauen Sie mal, da ist er schon. Der heißt bei uns, angenehmerweise, will Zente zaghaft von der Firma jetzt starten. Und es wird automatisch eine Folgeaktivität da drinnen hinterlegt. Für den 15. September. Wenn die Zente mir sagt, in sechs Monaten geht es weiter, gehe ich da rein und datiere diese Aktivität nach hinten. Bei uns im Standard sind es vier Monate. Kann ich halt nach hinten verschieben. So. Und jetzt ist November. Ich schaue weiter, wie es geht mit der Zenzi. Ich rufe sie am 16. November wieder an. Wenn sie mir da wieder sagt, ja, rufen Sie noch einen halben Jahr an, dann mache ich als erledigt markieren, speichere mir das ab, öffnet sich die Folgeaktivität und ich gehe noch ein weiteres halbes Jahr nach hinten. Ja? Im August. Ist egal. Sie wissen, was ich meine. Okay? Also, das ist das eine. Dann sagt sie mir im nächsten Jahr, jetzt wird es wieder spannend. Ja? Dann gehe ich da rein, markiere mir das, schreibe es mir auf, speichere es ab, nehme da jetzt keine Folgeaktivität, sondern klicke auf abbrechen und schauen Sie mal, bei uns der Automatismus hat uns erstens mal den Label erstellt, mit einem Deal falscher Zeitpunkt, damit ich genau noch den suchen kann und ich habe einen Link zum Original-Deal da drinnen. Ja? Also, wenn es jetzt weitergeht, klicke ich einfach wieder drauf und arbeite von dort weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ja? Nämlich, nachdem ich da oben erneut den Deal öffne. Dann ist er nicht mehr verloren. Ich verliere keine Informationen. Also, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, inklusive jetzt der kompletten Historie, ja, den Mails, die da herumgegangen sind, das bleibt alles jetzt drinnen, dadurch, dass ich da erneut öffne. Ja? Und ich arbeite da ganz normal weiter. Okay? Eine Kleinigkeit muss ich trotzdem machen, ich muss in den Lead-Post-Eingang gehen und den alten Lead archivieren. Ja? Dann ist alles erledigt. Jetzt habe ich wieder ein sauberes CRM. Das hat halt den großen Vorteil, dass Sie die ganze Historie nicht verlieren, ja? Sie wissen genau, wie lange der Deal jetzt in der Pipeline gewesen ist, hat halt einen längeren Sales-Cycle gehabt, macht ja nichts. Ja? Der Automatismus ist ein bisschen herausfordernd. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, fragen Sie uns einfach. Info at pd-experts.com oder www.pd-experts.com.